Wir haben die europäischen Pilgerwege, diese Wege, die ganz Europa miteinander verbinden und da kann man vor diesen Karten stehen und nur noch staunen, dass ganz Europa von Pilgerwegen durchzogen ist und dass diese Wege heute noch begangen werden von Pilgern. Aber diese Pilger haben eben auch Europa miteinander verbunden, denn sie hatten ein gleiches Ziel und sie waren in einer homogenen Gruppe und haben nachher von ihren Pilgererfahrungen gezehrt, von ihren Glaubenserfahrungen gezehrt und eben von dem, was sie mitgebracht haben.